Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 1 hier in alter Aufbaumanier. Heute geht es wieder weiter und wir schauen mal, wo uns unser Abenteuer wieder hinbringt. Das letzte Mal hatten wir schon mal die ersten Angriffe von unserem Gegner zu befürchten gehabt. Ich konnte mich nach einer Weile wieder etwas freikämpfen, das hat ganz gut geklappt. Zur Not auch wieder mit dem altbewährten Trick speichern und laden. Und heute versuche ich so ein bisschen die wichtigen Ressourcenpunkte erstmal nach hinten zu verlagern. Das heißt also alles, was jetzt Kohle, Gold, Eisenschmelze zum Beispiel auch betrifft, Münzenprägerei. Das alles weiter in das Innere zu bringen. Dass wenn das oben quasi so ein bisschen zu Fall gebracht wird. Ich hatte das auch in den letzten Folgen schon mal so ein bisschen versucht umzusetzen. dass wir nicht allzu große Verluste hinnehmen müssen. Das war eigentlich mein Plan. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder Gold. Problem ist halt, der Gegner ist halt auch wieder auf der anderen Seite. Naja, wir gucken mal wie gut das so ein bisschen läuft. Aber bisher macht es sich eigentlich sehr rentabel, das so ein bisschen hier ins Landesinnere zu bringen. Und oben unser Hauptquartier so ein bisschen ungeschützt zu lassen. Mir ist zwar ein bisschen mulmig zumute, mein Hauptquartier quasi so unbewacht in gegnerische Hände zu geben. Aber da wird uns wahrscheinlich erstmal nichts anderes übrig bleiben. Wir gucken mal, noch haben wir das Hauptquartier, noch haben wir die oberen Posten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich werde alles daran setzen, das erstmal grob auszunutzen, was uns oben zur Verfügung steht. Und alle Ressourcen schnell zu verarbeiten und dementsprechend einzulagern. Und ja, wir schauen mal. Da haben wir zum Beispiel wieder einen wichtigen, wichtigen Punkt, der da oben angegriffen wird. Kohle ist hier unten. Ja, in Hülle und Fülle. Hier haben wir zum Beispiel Gold. Das könnten wir zum Beispiel auch schon nutzen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein bisschen weiter drin. Das ist das, was ich meinte. Alles so ein bisschen ins Landesinnere kriegen, damit da oben jetzt nicht so große Verluste sind. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir das da oben sehr lange halten werden können. Deswegen würde mich das auch nicht stören, wenn wir hier unten alles versammelt haben. Wäre auch besser wegen der Versorgung. Weil dann haben die halt kürzere Wege, die sie halt zurücklegen müssen. Das wäre schon ganz praktisch. Ja, wie schon zu erwarten war, haben wir das erstmal verloren. Aber wir haben zum Beispiel noch eine Gold, äh, eine Goldmine, die ist weiter unten. Also, wir werden trotzdem noch weiterhin die Goldmünzenprägereien damit versorgen können. Zur Not werde ich, oder hab's vielleicht schon getan, ähm, weiter innen noch eine Münzenprägerei bauen. Aber solange die Ene jetzt noch steht, naja, wir können es uns ja trotzdem schon mal, äh. Werkzeugschmiede, Eisenschmelze, alles was jetzt quasi da oben zu unsicher wäre, machen wir uns dann das in der Wand. Ne, weil das ist für mich eigentlich bisher der einzigste sicherste Weg, meine Waren trotzdem noch zu produzieren und einzulagern. Auch wenn das Gold die ganze Zeit ins Hauptquartier geht und das so ein bisschen ungeschützt ist. Mal schauen, mal schauen. Also, wenn sie das Hauptquartier einnehmen, das wäre schon ein herber Verlust, finde ich. Da müssen wir mal gucken. So, hier haben wir genau, äh, viel, viel Land übrig. Da können wir wieder enorm viele Farben bauen. Machen wir es selbstverständlich auch. Das war das, was ich sowieso schon geplant hatte. Jetzt brauchen wir erstmal den Holzfäller dort nicht mehr. Erstmal das nutzen, was wir so an Land zur Verfügung haben. Schweinezucht und alles, was so dazugehört. Da fehlt noch eine Fahne. So, hier machen wir mal noch eine Farm mit hin. Also, ihr seht, ich nutze wirklich jeden kleinsten Zentimeter, den ich hier irgendwie bekommen kann. So, da drüben wurde noch ein bisschen was gewunden. Hier oben wieder mal angegriffen. Ja, bisher läuft es noch ganz gut. Na, da bin ich doch sehr zufrieden. Na, mal sehen, ob sie jetzt den Angriff auch überstehen. Oh, das geht in eine andere Richtung. Ist aber auch gut besetzt. Die geben nicht auf. Noch läuft es gut. Oh, oh, oh. Komm, die zwei kriegt doch noch hin. Hm. Sehr gut. Speichern wir ab. Das haben sie sehr gut hingekriegt. Auch wenn es jetzt nur noch zwei drin sind. Ah, das kriegen wir schnell nachgefüllt. Das ist kein Problem. So, hier unten, wie gesagt, wird alles neu aufgebaut, aufgefüllt, wie dem auch sei. Hier werde ich auch gleich nochmal mitgucken. Alles nutzen, was uns dort zur Verfügung steht. Jeden Zentimeter durchsuchen, ob wir irgendwelche wertvollen Rohstoffe finden können. Auch wenn wir hier Gefahr laufen, dass die uns von der anderen Bergseite aus angreifen. Hauptsache, wir haben irgendeine Chance, schnell noch zu produzieren. Eigentlich ist das ja schon ein großer Gewinn, wenn die da oben Verluste machen. Umso mehr Zeit gibt uns das, quasi selber neue Truppen zu produzieren. Ah, da haben wir schon den Bergwerk schnell abgearbeitet. Ich finde es bloß blöd, dass dort gerade, ähm, hier unten, so gut wie gar keine Rohstoffe sind. Ich bräuchte dann noch dringend Eisen, sehe ich gerade. Weil das ist ja wirklich nur dort in der gefährlichen Zone mit, steht dort zur Verfügung. Und das bringt mir ja wirklich gar nichts, ne? Selbst wenn das dann leer ist, wir brauchen es ja. Wir brauchen das Eisen. Und bisher habe ich es nur dort gesehen. Na ja, Leute werden neu nachproduziert. Das passt. Leider können wir noch keinen Austausch vornehmen. Na ja, es sind zu wenig bisher, ne? Ah, das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Direkt dort ein Eisen, äh, eine Eisenmine mit hin. Gleich mit ran machen. Eigentlich ja einen guten Weg, aber... Ey, das ist ein bisschen sehr ungünstig gewählt. Na ja, nehmen wir das so. Da brauchen wir ja sogar noch eine Baracke, äh, um weiter nach außen zu kommen. Ach, Mann. Wir versuchen es einfach mal, indem wir dort eine mit hinbauen. Vielleicht kommen wir dann noch weiter mit nach außen. Jetzt wäre es sehr wünschenswert. So, Kohle haben wir dort. Eisen, Gold haben wir jetzt schon mal. Also alles, das, was wir oben gehabt haben, haben wir jetzt dort unten wieder. Obwohl jetzt eigentlich das letzte Eisenbergwerk flöten gegangen ist, ne? Wir produzieren ja jetzt schon quasi nur auf das, was im Hauptquartier quasi noch drin ist. Das heißt, wir brauchen dringend das neue Eisenbergwerk. Umso besser ist es gleich, dass es mal auf der sicheren Seite ist. Ne, das ist gleich weit... Naja, was heißt weit, aber schon entfernter vom Gegner ist. So, ich sehe gerade, Münzenprägerei wird schon gebaut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, da wäre es auch egal, ob die da oben kaputt geht, die Hütte. Wir haben eine Ersatzmünzenprägerei und das gefällt mir wirklich gut. Ob wir die jetzt so gut betreiben können, ist wieder eine andere Sache, ne? So. Na gut. Ich würde sagen, ich muss das leider an dieser Stelle schon mal beenden. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter. Seid auf jeden Fall dabei. Wir bauen unser ganzes Hauptquartier noch ein bisschen weiter aus. Ich freue mich schon auf euch. Ich sage schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.